Die Zeichen stehen überall auf Veränderung. An allen Ecken und Enden kracht und knatzt es. Unser System ist mehr oder weniger kurz vor der Implosion alle verschiedenen Systeme. Heute habe ich ein Gespräch, das sich über einen Systemwechsel definiert. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dem Wirtschaftsexperten und heute Spirituisten Hans-Jürgen Klausner. Hallo Herr Klausner. Hallo Herr Stein. Herr Klausner, wir sind schon ein paar Mal hier zusammengesessen und ich muss Ihren Mut und Ihren Ehrgeiz wirklich bewundern, dass Sie sich immer wieder mich aussuchen, um Ihre Thesen in die Welt zu bringen. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, in Sachen Finanztechnik bin ich nicht der Bewanderste, aber Ihr Ehrgeiz ehrt Sie selber. Ich freue mich sehr, in dieses Thema noch mal einzusteigen, vor allem weil Ihr Weg, der Humanweg, natürlich auch eine Basis hat, über die wir eigentlich noch gar nicht so gesprochen haben. Es schwingt durch diese ganze Thematik, durch dieses ganze Feld auch ein tiefer Spiritualismus mit. Und den haben wir bis jetzt noch gar nicht so richtig behandelt. Mir war das vorher auch gar nicht bewusst, bevor wir darüber gesprochen haben, dass Sie sich schon seit vielen Jahren mit geistigen Prinzipien beschäftigt haben und vielleicht das sogar so eine Art Basis ist von Ihrem ganzen Denken. Da würde ich gerne jetzt heute mal eintauchen mit den Büchern, die Sie mitgebracht haben und mit den Ideen, die wir haben. War das für Sie als junger Mensch auch schon so, dass Ihnen die geistige Welt näher gekommen ist? Ja, danke. Ich habe eben gemerkt, diese paar Videos, die wir schon gemacht haben zusammen, Man muss den Leuten mal erklären, woher weiss der Typ das? Oder warum kommt er auf so schräge Ideen? Wenn ich mich mit anderen Geldtheoretischen vergleichen dürfte oder möchte, ich warte mal drauf auf diese Vergleiche, dann kann man zwei Eckpfeiler bei mir sicher als etwas spirituell und exklusiv bezeichnen, eben die Grundlage aus der geistigen Welt, ein Geldsystem zu definieren. So hießen eben auch meine Vorträge früher immer, die Entmaterialisierung des Geldes, weil Geist ist ja nicht Materie. Und in diesem Paradigmenwechsel steckt jetzt die Welt und auch die Wissenschaft. Und der zweite Eckpfeiler, den habe ich auch in anderen Videos schon mehrfach so auf den Punkt gebracht, man muss es politisch umsetzen können. Und politische Strukturen bedingen immer eine geistige Basis. Also keine Partei und keine große politische Bewegung kommt ohne ideologische Grundlage aus. Und hinter vielem steckt auch die Religion. Katholisch reformiert und weiss nicht was. Und ich habe mir eigentlich jetzt vorgenommen, bevor wir weitere, wir werden noch einige Videos über die, wie das umgesetzt werden kann, machen, aber ich dachte, jetzt ist der Zeitpunkt wirklich gekommen, dass wir die spirituelle Grundlage von Humanwirtschaft definieren, darstellen und mal erklären, warum mache ich eigentlich ein großes M. Aber das gleich nachher. Sie haben mich ja gefragt, wann und wie bin ich drauf gekommen. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, da war Fernsehen verboten. Gab es keinen. Aber eine große Bibliothek war da. Und wenn man keinen Fernseher hat, nur Hunde, Klavier und Kamin, um sich am Abend philosophische Gedanken zu machen, dann geht man dann noch in einen Buchclub in Zürich. Ex Libris. Habe ich mich mit 16 Jahren eingetragen, dann guckt man so die Rubriken an und sagt, aha, Parapsychologie, was ist das? Aber was heißt ein Buchclub, finden da Lesungen statt? Nein, nein, da kriegen Sie jeden Monat fünf Bücher oder drei Bücher, können Sie sagen, wie viele Bücher Sie lesen können pro Monat, klicken Sie an. Ich habe angeklickt eben Parapsychologie, Soziologie hat mich interessiert und Futurologie, also Zukunftsforschung, die drei Sachen. Ich bin ja technisch ausgebildet. Also die Zukunft der Verkehrssysteme bis zum Ufo hat mich natürlich auch interessiert. Aber als 16-Jähriger ist das ein bisschen ungewöhnlich. Da habe ich andere Bücher gelesen, glaube ich, oder habe ich mich für andere Sachen interessiert. Viele Flugzeugbücher, Biggels fliegt in die Südsee und Zweitweltkrieg, Kampfjetflugzeuggeschichten habe ich natürlich auch gelesen. Meine Mutter war eine Pferdenarin, also Pferdebücher habe ich auch gelesen. Also nicht nur dieses Thema. Nein, sicher nicht. Wenn man keinen Fernseher hat, hat man viel Zeit zum Lesen. Ja, das stimmt. Empfehle ich vielen Leuten. Okay, und dann bin ich durch die Parapsychologie, ich bin dann auch in diesen Verein eingetreten, das Hauptzentrum der Parapsychologischen Gesellschaften ist London. Da gibt es 21.000 solche medial geschriebene Bücher, von denen wir reden ja nachher. Also kann man sich doch dabei eigentlich die Hypothese stellen oder einfach die Gewissheit nehmen, eigentlich sämtliches Wissen und sämtliche Fragen, die der menschliche Geist an höhere Wesen oder an Gott und die Welt stellen will, hat man schon dort dokumentiert und beantwortet. Und so ist es. Also es gibt keine Frage mehr, die man nicht beantwortet bekommen hat, schon von hohen Geistmedien. Und das hat mich natürlich interessiert. Man muss nur die richtige Frage stellen, dann kriegst du die richtige Antwort. Und einer meiner Lehrer war eben hier, der Alain Kardec, bin dann erstaunt gewesen, wo ich im hinteren Teil lese, war auch ein Schweizer. Das Buch der Geister, das Buch der Medien, ich habe jetzt nur das Buch der Medien dabei, und drauf gekommen bin ich eigentlich mit meiner zweiten Frau, das war eine Brasilianerin, und die hat immer das Evangelium von Alain Kardec auf dem Nachttisch gehabt. Das ist das da. Und die hat das immer in Portugiesisch gelesen, und dann habe ich dann mal diese Bücher mir auf Deutsch besorgt, es gab noch nicht so viele. Und da drin ist wirklich die Grundlage der spirituellen Basis von Gott und der Welt, oder von auch Materie und Geist und auch von allen geistigen Gesetzen. Wann ist das rausgekommen? Wann sprechen die hier? Er hat das 1840 ungefähr geschrieben, der ist nach Amerika gegangen. 1864 steht hier. Okay, genau. Also es sind alte Grundlagenforschungsbücher über die geistige Welt. Und heute kommt ja unsere Mystikerwelt, kommt also langsam dahinter, dass also Geist über der Materie steht und nicht umgekehrt. Ja, ja. Ich habe das in meiner Computerschule, die ich noch hatte, immer ein bisschen erwähnt, in den Pausen, also die meisten Schüler waren an dieser Thematik interessiert. Und ich natürlich auch. Und das Buch Humanwirtschaft, das wir ja hier besprochen haben, schon in mehreren Videos, das habe ich früher in einem Teil gehabt, was ich jetzt zwei Teile habe, oder? Und man hat mir immer gesagt, Herr Klausen oder Hans-Jürgen, wenn du ein Wirtschaftsbuch schreibst, was soll da das spirituelle Schlussteil? Ich hatte immer so die letzten 50 Seiten, meine spirituelle Grundlage drin, hat man mir immer geraten, lass das weg, sonst liest das eh keiner. Aber in der Zwischenzeit habe ich festgestellt, heute lesen die Leute das. Und ich habe es dann in einem Druckbund zwei, und eben auch in meiner Organisation, da waren viele Leute dabei, hat niemand und auch jetzt noch nicht gefragt, warum schreibe ich eigentlich hier ein großes M? Ja, ja. Und eines der Bücher, ich habe es dann hier hinten drauf definiert, lese ich auch, also die Idee, dass ich meine Bücher Humanwirtschaft nenne, das kam mir auch von Anfang an. Ich hatte zuerst einen Titel, den Inhalt hatte ich schon 20 Jahre im Kopf, muss ich sagen. Und dann kam der Titel Humanwirtschaft, und dann lese ich im Kriya-Yoga-Buch, wenn die Menschen bei der Fortpflanzung ein bisschen ein höheres Bewusstsein in diese Tätigkeit legen würden, könnten wir höhere Geistwesen, sogenannte Humanwesen auf den Planeten runterziehen. Und dann stand drin, Hu gleich Licht und Man gleich Wesen. Dann wusste ich, ich muss Human mit großem M schreiben. Also Sie meinen, in dem Moment, wenn quasi neue Wesen hier gezeugt werden, sollten wir mehr Bewusstsein entwickeln. Spirituell. Das ist aber eine ganz schön ambitionierte Aufgabe, ja. Sern Sie, es gibt ja viele spirituelle Schulen. Ich weiß nicht, was man dort alles lernt, aber das wäre mal ein Punkt, auf den man es fokussieren sollte, das ganze Spirituelle. Lassen Sie mich kurz mal eine Frage stellen, und zwar, wenn Sie sagen, dass durch Ihre ganze Arbeit auch eine gewisse Spiritualität, eine gewisse geistige Energie durchschwingt. Wir haben in Deutschland ja auch zwei Parteien, die das C ganz groß vorne dran tragen, die CDU, die CSU, die christlichen, sozialen, demokratischen Parteien. Ich merke in deren politischen Programmen wenig Spiritualität. Ich merke eher so, dass das eher so ein Feigenblatt ist, dass man sich halt hingeklebt hat, nur um einen gewissen Teil der Bevölkerung so ein Alibi zu geben, dass man die vielleicht wählen könnte. Die Frage konkret, sehen Sie denn überhaupt in unserer heutigen Zeit eine gewisse Religiosität, die auch wirklich gelebt wird und erlebt wird in unserer Parteienlandschaft, jetzt egal, Deutschland, Österreich, Schweiz. Schauen Sie, man macht in den spirituellen Kreisen, den Religionen den Vorwurf, sie hätten ihre Gläubigen in den Materialismus geführt, bewusst. Warum? Weil seit 300 Jahren regiert ein materielles Geldsystem, und da will die Kirche nicht, auch ferner liefern, nicht dabei sein. Und was heißt Materialismus? Materialismus heißt eine Zeitverknüpfung, also deine Seele, die du in der katholischen Kirche ja angedichtet bekommst, die gibt es ja, aber du hast nur eine Chance, einmal gut zu sein, oder sonst kommst du in die Hölle, und du musst jetzt deine Schulden bezahlen. Du musst jetzt ein guter Mensch sein, und nicht irgendwann. Das heißt, die haben uns bewusst unter Zeitdruck gesetzt, und darum sind sie materialistisch geworden. Ja, jetzt, also eine Verknüpfung mit einer kurzen Zeit, nur jetzt kannst du gut sein, wenn du dich taufen lässt, in die Kirche kommst, den Ablass bezahlst, und am Schluss noch die letzte Ölung, dann kannst du in den Himmel. Und du hast nur eine Chance, und wehe, du verpasst die, dann ist für dich die Zukunft in der Hölle vorgegeben. Das war eine Materialisation, die die Kirchen bewusst, um jetzt an die Kohle der Menschen zu kommen. Also, das ist nicht meine These, das liest man in diesen spirituellen Büchern. Das sage nicht ich, ja. Also, die Kirche wird auch von, bei Rudolf Steiners von Büchern steht das genau, die Kirchen haben den Materialismus absolut extrem gefördert, und haben damit dem Geldsystem gedient. Und wenn wir ja über Geldsystem reden, und das wieder entmaterialisieren wollen, und müssen, wir haben die einzige Chance, ein zukünftiges Finanzsystem auf eine entmaterialisierte, ich sage es dem bewusst, noch mal Buchhaltungsgeld zu stellen, das ist das Thema von heute, dann haben die Kirchen mit ihren jetzigen Dogmen darin keinen Platz. Das sage ich gerade, was extrem krasses. Also, wir müssen auch, das, was man eine Systemreligion nennt, die uns unter Zeitdruck setzt, müssen wir auf eine spirituelle Basis setzen. Okay. Ja, wie sieht es dann konkret aus? Also, wie bringen Sie die Spiritualität in Ihr neues System hinein? Was ist die Basis Ihrer Arbeit? Eben, machen wir eine Präsentation entsprechend diesen geistigen Gesetzen, die wir ja zur Umsetzung auch zeitkonform haben müssen. Und da ich ja eine gute technische Ausbildung habe, habe ich mir auch überlegt, was ist jetzt eigentlich in der Geldwelt für ein momentaner computertechnischer Wandel im Gange, oder? Und man kann ja sagen, das Geld ist eigentlich eine 2600 Jahre alte Geschichte und man nennt es eben durch die Materie Tauschgeld. Geld ist ein Produkt wie jedes andere, sagt Ihnen heute jeder Hochschulprofessor. Produkt, ich sage dem Nein. Nein, früher zwar die Könige, die konnten nichts anderes machen als Münzen mit ihrem Bild drauf und eine Zahl, wofür? Für die Analphabeten. Wir haben ein Geldsystem, das wurde erfunden für die Analphabeten. Soldaten und Sklaven. Und 1696 haben die Banker in England es geschafft, Papiernoten als Ersatz für die Goldmünzen zum sogenannten königlichen Geldmonopol zu machen. Oder mal vielleicht parallel. 300 Jahre oder 330 Jahre lang haben sie jetzt dieses Monopol beherrscht. Und der König hat diesen damaligen Technologiesprung verschlafen. Er hat nicht gemerkt, dass er die gesamte Macht verliert, weil er die Papiergeldmacht nicht mehr unter seiner Kontrolle hatte. Also sprich, er hatte das Monopol, Münzen zu prägen mit seinem Abbild drauf, dass die Analphabeten erkennen konnten, ah, das ist vom König das Geld, das ist wertvoll, das ist mein Geld sozusagen. Dann nehmen wir es. Und dann hat er es den Banken übergeben und hat gar nicht gemerkt, dass ihm die Macht über das Geld dadurch entzogen wird. Und damit über sein Königreich, weil über auch seiner militärischen Macht oder Gesetzesmacht steht die Geldmacht. Das war ihm nicht bewusst. Das war ein Technologiesprung. Er war eingefädelt von den Bankern. Natürlich. Vielleicht ist es denen in den Schoß gefallen und haben am Anfang auch nicht gewusst, was für eine Macht sie da plötzlich bekommen haben. Und heute wissen wir ja, über Kryptowährungen wird viel geredet. Jetzt haben wir eine neue, ich möchte noch einen Satz sagen, voraus. Was war denn eigentlich der Auftrag des Geldemittenten, damals des Königs und dann nachher der Notenbanker? Die Notenbanker haben gesagt, du König hast ja immer zu wenig Gold, kommst du immer zu uns und bettelst um Goldmünzen, damit du die prägen kannst. Ja, reicht nie. Und da ist immer Geldmangel. War immer das Dilemma Geldmangel. Produkte hatten wir eigentlich genug, Nahrung und so weiter, Kleidung, aber immer zu wenig Tauschmittel. Haben die Banken gesagt, wir machen das besser, wir machen mehr Papier und das ist mit Gold gedeckt. Und die Leute glauben es, weil du, König, dahinter stehst. Also es muss immer der Staat oder der oberste Souverän dahinter stehen. Und dann habe ich das mal so hinterfragt, weil ich jahrelang die Nationalbankbilanzen gelesen habe und die ja schreiben, unsere Aufgabe ist, die Inflation zu bekämpfen und den Geldumlauf zu sichern. Das ist für mich eine Ablenkung von der eigentlichen Aufgabe. Oder man hat ihnen nie die richtige Aufgabe definiert, nämlich die richtige Aufgabe der Notenbank ist meiner Meinung nach, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtige Geldmenge zu erzeugen und wenn man sie nicht braucht, wieder zu vernichten. In der Herform zu vernichten? Das macht eben der Technologiesprung Nummer 3, Zahlengeld, automatisch. Natürlich vernichtet man nicht Goldmünzen und gut, man hat mal Geld verruf gemacht und das war eine ganz tolle Zeit. Also die Erfahrung, dass Geldentzug wieder auch ein Segen sein kann, den hat man ja schon. Wann war das? Das war im 16. Jahrhundert, als die großen Kathedralen gebaut wurden, hat man ja immer den Geldverruf gemacht und hat gesagt, es gibt eine Strafsteuer und wenn du das Geld noch hast, ist es nachher wenig wert. Das haben die Leute ausgegeben. Dann haben sie es logischerweise lieber gleich der Kirche gespendet. Die hat dann Kathedralen gebaut. Wenn sie nachher, nach dem Datum X wissen, also morgen ist mein Geld nur noch 90% von dem Wert, was es heute ist, dann mache ich noch ein gutes Werk und spendiere es für meinen Seelenheil. Das war eigentlich nur der Grund, diese Kathedralen zu bauen. War das ein Trick von der Kirche? Natürlich. Um dann den Schäften das Geld abzusetzen? Natürlich. Für mich war das alles Berechnung. Und jetzt sind wir an einem Technologiesprung Nummer 2 für ein drittes Zahlengeld. Sie sehen oben die Zeitenwende 2019 bis 2023. Machen wir weiter mit dem Materialengeld. 2019 bis? 2023. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, im Jahre 2023, die nächsten Wahlen in der Schweiz, müssen wir so weit das Publik gemacht haben, dass das Volk den Segen hinter der neuen Technologie, die, ich sage es nochmal bewusst, Kryptowährung, obwohl wir keine Kryptowährung sind, es ist Leistungsverrechnungsgeld. Und das macht automatisch die Vernichtung, indem wir nur noch Buchhaltung machen. Schauen Sie, ein Banker hat mir mal gesagt, wissen Sie, Herr Klausner, Geld ist eine provisorische Buchhaltung. Da wusste ich, jetzt habe ich den richtigen Weg gefunden, indem wir die definitive Buchhaltung als das Geld der Zukunft definieren. Und das auf Staatsebene. Und dann hat er wieder souverän, sprich Staat, sprich Volk, die Geldmacht wieder zurückgewonnen, die sie vor 330 Jahren an die Banker verlogen haben. Und wir wissen, die Banker sind am Ende. Ihr Geschäftsmodell ohne Zins und den Zins können sie nicht mehr erhöhen, ist eigentlich Schnee von gestern. Was sie machen seit zehn Jahren, ist Konkursverschleppung. Aber man macht ja nicht gerne Konkurs, wenn man nicht weiß, in welche Richtung geht es nachher weiter. Also Sie sehen in dem technologischen Fortschritt, den wir heutzutage haben, über die Vernetzung, über die Computer, über die Möglichkeiten, allzeit online mit allen verbunden zu sein, sehen Sie diesen nötigen Technologiesprung, um jetzt das System neu zu definieren. Eben über den Humanweg und Ihr System, wie es dann ist. Richtig, genau mit diesen zwei Sachen, die ich am Anfang gesagt habe, mit einer neuen Definition, Entmaterialisierung Geld auf geistiger Basis, als Grundlage der Kreditschöpfung kommt noch. Weil Geld beginnt immer beim Kredit, beim Kredere, beim Vertrauen, beim Glauben. Das ist ja eine Glaubensangelegenheit, ob ich an die Banknote glaube. Wenn Sie mir eine Banknote geben, muss ich glauben, dass ich vom anderen Herrn wieder Ware dafür bekomme. Wenn der sagt, nein, die interessiert mich nicht, nehme ich nicht, kenne ich nicht, dann ist in dieser Banknote kein Vertrauen. Und dieser Technologiesprung jetzt dank Internet, dank vernetzter Menschheit, Geld ist ja auch immer ein Transferieren von Werten. Und das können wir heute im Volk, überall mit Handy, mit Computer vernetzten Datenbanken, wir können die Zahlen transferieren. Und dann ist es Geld. Das ist der Technologiesprung. Und bei mir ist noch ein Zusatz integriert, den wir in diesen anderen Videos ja erwähnt haben. Sobald man die Ware der Menschen, man nennt das bei uns eShop, wenn man die vernetzt, nicht nur das Bankkonto vernetzt, die Banken haben ja vor 40 Jahren schon begonnen, die Computer für vernetzte Datentransfers einzusetzen. Wir, die Unternehmer, haben das verschlafen. Wir haben nicht die Buchhaltung unserer Warenkonten vernetzt. Und jetzt können wir auch die Warenkonten vernetzen. Wir haben vor 13 Jahren diese Software gebaut, sie nennt sich Euroweg. Also eine vernetzte Warenbuchhaltung ersetzt die Geldbuchhaltung. Das Provisorium Geld als Transfer, auch in Banken ist es nochmal... Das wird überflüssig. Das wird überflüssig. Genau. Und das ist eine Lösung. Und Banken, denen ich das vorgestellt habe, also vor drei Jahren einem großen Banker, einem Notenbanker sogar, der hat gesagt, genial, das kommt, das muss die Zukunft sein, aber eventuell erleben wir zwei das nicht. Und das ist wiederum ein Mangel dieser materialistischen Banker, die haben nicht gemerkt, dass man im Internetzeitalter siebenmal schneller unterwegs ist. Also was vielleicht vorher noch 70 Jahre ging, geht es noch 10 Jahre. Und darum werden wir zwei es erleben. Okay. Aber glauben Sie, dass das noch 10 Jahre dauern wird? Ist das eine realistische Einschätzung? Ich gebe jetzt dem System, ich rede nicht vom großen Crash 2020, wie die ganze Wissenschaft. Ich habe das 1999 schon erlebt, haben alle Wissenschaftler vom Geldcrash geredet, wegen den Computerabstürzen, ist nichts passiert. Und wir kriegen jetzt japanische Verhältnisse. Das heißt, Verschuldung ist ja nicht negativ. Schulden machen ist Geldschöpfung. Viel Schulden, viel Geld. Wollen Sie viel Geld haben? Na bitte, dann machen Sie viel Schulden. Das ist Geldschöpfung. Und wir können noch, wir sind ja erst ungefähr im Durchschnitt in der EU bei 100% Schulden zum Bruttosozialprodukt. Das ist noch relativ seriös, solide. Die Japaner sind bei 400%. Also wir haben noch Spielraum, bis wir bei 400% sind. Und die Banken machen ja, wie wir auch, Geld im Computer. Also wo ist das Problem? Und da Sie jetzt den Fälligkeitstermin, Zinszahlungstermin übermorgen gelöscht haben, weil der Zins bei Null ist, haben Sie sich das Damoklesschwert, morgen ist ein Zahlungstermin fällig, den ich nicht zahlen kann, in Schuldgeld. Dann haben Sie es gelöscht. Das ist Ihre Rettung. Warum sollen Sie jetzt pleite gehen? Und darum rechne ich damit, dass wir noch vier Jahre brauchen, das zu kommunizieren, über Volksinitiativen, dass diese spirituelle Grundlage existiert. Man hat ja Statistiken veröffentlicht, dass die 60% der Deutschen an die Reinkarnation glauben. Spiritualität bedeutet ja etwas, mit Reinkarnation zu tun zu haben. Also die Zeitlosigkeit des Seins. Das ist ja das Thema. Und jetzt müssen wir eben wissen, wo beginnen wir die Kommunikation, wer ist der Kommunikator und wer setzt sie dann um? Auch das sind geistige Hierarchien, die man berücksichtigen muss. Man darf nicht das Pferd am Schwanz aufzäumen, den Spruch kennen wir ja. Es muss mit dem Kopf, mit den Beinen am Boden stehen, also mit dem Kopf denken, mit den Beinen am Boden stehen, den Körper für die Organe zu bedienen, mit Nahrung und so weiter. Und da muss der kosmische Körper die richtige Zuordnung bekommen und nicht der Propos beginnen, er möchte gerne Kopf spielen. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Ja, so ein bisschen sehe ich das Bild langsam. Also Sie meinen, der Kopf muss als erstes denken und nicht andere Teile. Richtig, genau. Jetzt müssen wir halt nur den Kopf definieren. Richtig. Ich habe so eine Idee, wo es hingehen könnte. Ja, genau. Das ist Schweiz. Richtig. Also in diesen spirituellen Schulen, wo ich schon von 16 Jahren an war, eben ganz krass dann 1991, 93, 95, so in diesen 4, 5 Jahren, da wurde mir auch mitgeteilt, dass jedes Land einen geistigen Führer hat mit einer kosmischen Aufgabe. Man sagt den göttlichen Plan. Jeder Mensch hat einen göttlichen Plan, jede Stadt hat einen göttlichen Plan, jedes Land. Und die Schweiz ist nicht von ungefähr zum Finanzplatz Europas oder der Welt geworden. Wir wissen ja, dass die meisten Geldströme über die Schweiz laufen. So, und man hat mir, also mein Buch, das haben viele Leute schon gelesen, es gibt über 6000 Exemplare davon, kam mal ein Hans Schweitzer zu mir. Also ich wusste schon aus der spirituellen Ausbildung, die Schweiz ist der Kopf. Der Hans Schweitzer hat mein Buch gelesen, hat gesagt, der Klausen hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich gebe ihm meine Vision von Weissenstein, die ich 1946 geschrieben habe. und darin stand auch in diesem Buch, und ich habe dieses Hans Schweitzer, er hat das als sein Lebenswerk bezeichnet, als seine geistige Vision. Ich habe daraus dieses Buch schreiben lassen. Wollen Sie mal schauen? Wir sind ein außerweltes Volk. Das ist natürlich auch ein provokanter Titel. Ja, wir sind auch ein außerweltes Volk. Einfach mal für den Kopf des neuen Finanzsystems. Wir wollen ja nicht alles beherrschen. Es gibt ja ein schön... Weil der Titel ist ja schon besetzt. Bitte? Der Titel ist ja schon besetzt. Richtig, darum steht da ein und nicht das. Okay, also auch ein außerweltes Volk. Auch ein außerweltes Volk. Für eine Aufgabe. Für eine andere Aufgabe. Richtig. Wir sind der Kopf für die Finanzen. Die anderen dürfen Kopf für was anderes sein. Und dieser Kopf Europas sollte eigentlich, er hat mir das in seinen Visionen vorgeschrieben, von der Schweiz wird einst das große Licht ausgehen, durch das alle Völker gesunden werden. Das heißt, er finanziell gesunden werden. Wer finanziell gesund ist, hat 90% weniger Krankheiten. Alle Ehrenanstalten wären leer, würde der Obergeschäftsführer der Ehrenanstalt gleich noch Bankkonten führen und jedem eine Million Kredit geben. Das ist auch so ein Spruch in einem guten Buch. Also sie ist der Ort des Friedens und der Menschlichkeit, die jetzige Heimstatt Gottes auf Erden, in der gewaltigen Schweizer Alperwelt, vornehmlich in der großen, nach dem Kernland Europas gerichteten Lichtregion, der Gletscherwelt des Berner Oberlandes, ist der geistige Fokus. Ich habe zwei Jahre in diesem Anblick gewohnt in Beatenberg und wir werden unseren Hauptsitz wieder dorthin verlagern, weil auch das steht jetzt in diesem Buch, heute ist die Schweiz, was das Zusammenleben der Völker anbelangt, das Muster des kommenden Europas. Also nicht Brüssel ist das Muster oder die EU, wie wir sie heute kennen und die Banker der Untercrash-Definitionen sagen ja auch, der EU wird dann bald Geschichte sein, ja? Die EU, wenn der Brexit da ist, ja? Und dann können wir sagen, na gut, dann machen doch wir die EU, wir die Schweizer, wir haben ein Modell, wir können das besser machen, ja? Und eine helvetisch-germanische Mehrheit hat dort schon bewiesen, dass sie als Teil von den Hauptvölkern Europas und nicht von ungefähr noch mit einer kleinen Minderheitengruppe, es sind die Retoromanen, einen Staat geschaffen haben, in dem sich alle geschwisterlich vertragen. Also unsere föderalistische Demokratie, es reden ja heute viele Parteien nach dem Modell Schweiz, ja, ich habe das gelernt von der Schule aus, vom Militär her, von der ganzen Wahlprozedere, von Verfassungsinitiativen und Volksinitiativen. Ich muss hier immer ein bisschen einbremsen, weil Sie haben ein Tempo drauf mit Ihren Gedanken, da kommen Normalsterbliche nicht so einfach mit. Also Ihrer Meinung nach oder vielmehr aus Ihren Studien von philosophischen und geistigen Lehrern, gehen Sie davon aus, dass die Schweiz prädestiniert ist dafür, eine Vorreiterrolle zu nehmen, einzunehmen für ein neues System, das auch auf Ganzheitlichkeit und auf geistigen Gesetzmäßigkeiten besteht? Also ich kann Ihnen soweit folgen, weil die Schweiz natürlich schon exzeptionell ist. Sie mit den ganzen Kriegen, da hat sie sich rausgehalten. Es gibt die direkte Demokratie, das ganze Parteiensystem. Ich bin jetzt zu wenig vertraut mit dem System der Schweiz im Detail, aber ich sehe die Schweiz schon so als das Land, das irgendwie am besten organisiert ist. Also wenn ich die deutsche Grenze überquere und komme in die Schweiz, dann sehe ich den Grad an Technologisierung und Perfektion ist eigentlich noch größer. Also insofern kann ich Ihnen folgen. Inwieweit der typische Schweizer, der Schaffe-Schaffe-Häusle-Bauer-Schweizer, also Anlehnung an das schwäbische Beispiel, auch gleichzeitig spirituell ist, das erschließt sich mir noch nicht. Dass jetzt da so eine lichte Urseele herrscht, die die Menschheit sozusagen voranführen wird, das muss ich noch ein bisschen näher vergründen. Danke für den Hinweis. Es gibt zwei große Meister. Rudolf Steiner, er war zwar kein Schweizer, aber in Dornach hat er sein Hauptzentrum gebaut, das Götjanum. Und in der Schweiz, Basel, ich wurde dort von einem Lehrer, der in den Jahren 1990, ich habe ja 1996 begonnen mit meinen Büchern und meinen Vorträgen, da wurde ich 1997, 1998 mindestens zweimal von ihm eingeladen, bei den Anthroposophen einen Humanweg-Vortrag zu halten. Das war für mich schon ein toller Hinweis, und wie kam der Mann dazu? Er hat gesagt, und andere auch, die dort anwesend waren, die mein Buch gelesen haben, Herr Klausner, ihr Buch ist die perfekte, moderne Umsetzung von Rudolf Steiner. Also ich habe das intuitiv so wie Rudolf Steiner, ich habe Steiner damals noch gar nicht so gelesen gehabt. Ich habe eben viele Alain Kardec und Jakob Lorber Bücher gelesen. Und dann lese ich dieses Buch, ich habe das sicher zwei, dreimal gelesen. Warum habe ich das gelesen? Die haben immer zwei Vortragsredner gehabt an einem Abend. Zuerst kam ich, anderthalb Stunden, und dann kam Monterev, Gunadi, Monterev nach mir. Und er hat über die Michaelsmission geredet. Und seine Thesen habe ich dann gelernt, also lesen Sie mal das obere, das wesentliche Motiv, das unstillbare Streben der okkulten Orden und Geheimgesellschaften, besteht darin, Mitteleuropa der Möglichkeit zu beraten, seine geistige und kulturelle Bestimmung zu erfüllen. Okay, lassen Sie mich mal kurz über diesen Satz nachdenken. Mitteleuropa seiner geistigen Bestimmung berauben. Könnte man jetzt auch hineininterpretieren, dass die aktuelle Situation das beschreibt, mehr oder weniger. Wir haben seit 2015 eine Situation, wo alles schwieriger wird, wo gewisse Prozesse eingeleitet worden sind. Sie wissen, was ich meine. Man könnte da jetzt den Satz reininterpretieren. Es geht um eine Vernichtung des kosmischen Planes, das zu verhindern. Also wie ich vorher gesagt habe, Schweiz hat einen geistig-göttlichen Plan, Österreich hat den Plan, wir sind die Kommunikatoren, die Österreicher, sie sind das Herz. Das habe ich gar nicht zu Ende erzählt vorher. Und die Deutschen mit den Slaven zusammen sind die Arme, Beine, Bauch. Also Versorgung mit Nahrung, mit manueller Tätigkeit alles, auch mit Bewegung, Ausscheidung, Eliminierung. Das ist die Aufgabe dieser drei Nationen. Und da muss eben jeder den richtigen Job ausführen und das will man verhindern. Weil das Ziel heißt, Christusbewusstsein zu verankern, die Folie kommt noch. Und was eigentlich damit bezweckt wird, die sogenannte Rückkehr ins Geistige. Also Sie wollen nicht nur die Schweizer da mit voranstellen, sondern Sie brauchen quasi die Österreicher und die Schweizer auch noch. Natürlich. Die Österreicher und die Deutschen auch noch. Und die Slaven. Und die Slaven. Ja. Und wenn Mitteleuropa, eben Deutschland, Schweiz, Österreich und die slawischen Staaten in diesem Kampf unterliegt, wird die Zivilisation ihren Sinn verlieren und das wird unendliches Leid über alle Völker der Erde bringen, dem niemand entrinnen kann. Das ist die Quintessenz von diesem Buch. Wann ist das rausgekommen? Ja, er hat es ungefähr 1990 geschrieben. Also es war schon ein paar Jahre alt, als ich ihn kennengelernt habe. 96, ja. 98 besser gesagt. Und das habe ich wirklich geliebt, dieses Buch. Ich habe es jetzt im Original nicht da, aber mit dem Bild können Sie im Internet recherchieren, finden Sie es. Ich tue mir immer schwer, mit solchen Bildern auch wirklich faktisch zu greifen oder zu durchdringen. Da hat also jemand vor 100 Jahren die Vision gehabt oder die Eingebung gehabt, wenn die mitteleuropäischen Staaten, also sprich auch vor allem die deutsch sprechenden Staaten, zusammen mit den Slaven, wenn die mehr oder weniger nicht mehr so existieren können, wie sie sollten oder wie sie könnten, dann wird es drastische Folgen haben, auch für den Rest der Welt. So in einem Satz. So ist es. Ich zeige nachher noch, dass diese Vernichtung von Zivilisationen schon ein paar Mal stattgefunden hat auf diesem Planeten. Warum? Weil die Völker ihren göttlichen Auftrag nicht erfüllt haben. Was soll denn das Ganze da hier weiter? Wenn sie ihren Job nicht erledigen, werden sie gegründigt, oder? Ja, das ist jetzt noch eine andere Ebene. Ich bin jetzt noch bei diesem Satz hängen geblieben. Ich versuche mir mal, die Welt im Jahr 2019 vorzustellen, gerade hier in Mitteleuropa, was für ein Schul-, Finanz-, Bildungs- und Mediensystem wir haben. Ja, man könnte jetzt nicht sagen, dass das von großer Spiritualität geprägt ist, das Ganze. Wenn ich junge Männer auf der Straße reden höre und der eine sagt zum anderen, Alter, gehst du Stadt, nimmst du U-Bahn. Und das sind aber deutsche junge Männer. Dann könnte ich da fast noch was rausfinden in dem Gedanken. Ich möchte noch schnell die ganze spirituelle Grundlage nochmals auf den Punkt bringen. Das war mal meine Schulung bei der Weißen Bruderschaft von 1993 bis 1997. Da war ich Mitglied als Jela. Was ist denn jetzt die Weiße Bruderschaft? Ja, das hat mit eben Plavatsky und Rudolf Steiner begonnen, wo die Mahatmas, die sogenannten Saint-Germain und die Weißen Führer, da sind diese Bücher dazu. Schauen Sie. Das ist die gesammelte Literatur von den Durchgaben aufgestiegener Meister, heißt das. Okay, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Der Graf von Saint-Germain, diese Wesenheit, die seit Jahrhunderten hier rumgeistert, es sollte jetzt nicht abwertend klingen, sondern eine Wesenheit, die wohl immer wieder öfters auftaucht. Ich habe schon mal davon gelesen. Dieser Schweizer Hans Gretler kam auch zu mir, nachdem er mein Buch in die Finger bekommen hat, wollte er mich kennenlernen, hat mir auch das eine signiert, das können Sie da drinnen mal schauen, 1997. Und er hat mir auch seinen Nachlass übergeben, er ist auch gestorben, er hat gesagt, Hans, du bist der Einzige, der meine Bücher nach wie vor produzieren kann. Ich habe also die Autorenrechte von ihm, Band 1, Band 2, ich habe sie studiert auch. Und es ist die Zusammenfassung meiner fünfjährigen Schulung in der Nachfolgeorganisation, die unten, das Blaue hier, von diesem Peter Lich-Levis gegründet wurde in den USA. Und was jetzt vorher ihre Frage war, warum die Schweiz? Wir waren auch von dieser Organisation, die dann die IAM-Bewegung war in Amerika. Und wir waren in der Schweiz die größte Nachfolgeorganisation. Und dort war ich Schüler von 1993 bis 1996. So, das hat auch sich Richtung Schweiz bewegt. Und eine Kernaussage, die ich in meinen Vorträgen gerne immer bei der spirituellen Grundlage auf den Punkt gebracht habe, im Geist gibt es keine Trennung. Jeglicher Zwischenraum ist verbunden. Und an einer Buchmesse kam mal ein Physiker auf mich zu und hat gesagt, Herr Klausner, wir haben herausgefunden, im Atom sind 99,999% nichts. Zwischenraum. Kern und Elektronen? Ja, ein bisschen Materie, das ist der Kern, das ist aber, hat er mir erzählt, das ist wie wenn Sie auf dem Fußballfeld sind, der Mittelpunkt, der Atomkern, das ist der mittlere, weiße, sägemälde Punkt. Die Elektronen sind die Kornerecken, ja, und der Rasen dazwischen, wissen Sie ja, das ist die Mehrheit, oder? Das ist also das Nichts. Und in der spirituellen Schulung erklären Sie dir, der Zwischenraum ist eben erstens intelligent, zweitens hat er einen Funktionsplan, drittens ist er ewig beständig, Ewigkeit, also darum diese Rekarnation, hat eine hohe Energiekonzentration und funktioniert auf das Wort Liebe als Anziehung, als Adhersion. Das ist die Funktionalität, steht in diesen geistigen Büchern. Das fand ich die Kernaussage, und da kommt ja jetzt heute die Wissenschaft und die Quantenphysik dahinter, dass es stimmt. Dieses Buch, ich habe es Ihnen vor kurzem mal gezeigt, habe es jetzt eigentlich nicht hier in der ganzen Auswahl, sondern es habe ich bei einer Quantenphysikerin gefunden im Bücherregal. Das Buch erklärt die Verheiratung zwischen Naturwissenschaften mit der Spiritualität, jetzt sind wir am Punkt. Und wie kommt das Wort Liebe in diesen wissenschaftlichen Kontext, weil Sie sagen, reagiert die Materie, reagiert auf das Wort Liebe. Was ist da der... Danke für die Frage, das war immer eine Erklärung, die ich am Schluss meiner Vorträge so gemacht habe, ich habe gesagt, schauen Sie, wir sind hier in einem großen Vortragssaal, ja, es gab Pause, alle reden wild durcheinander. Und die Funktionalität von Schöpfung geht über Farbe, Form, Klang und Liebe. Das ist die Strukturierung. Also geht die Türe auf, kommt eine hübsche Frau rein, dann gucken mal 20%, 25% gucken, weil sie auf die Form reagieren. Dann merken andere, 20%, die ist ja blond, reagieren auf die Farbe. Dann ist schon die Hälfte fast ruhig und guckt da hin. Dann fängt die an zu singen. Dann gucken wiederum 25% auf den Klang, da reagiert das Atom auf den Klang. Und es sind aber immer noch ein paar so im wilden Gespräch durcheinander und jetzt ruft die da über den Saal, Jungs, ich liebe euch alle. Das sind aber alle still und rennen da hin. Das ist die Adhension und die Funktionalität von Liebe, von Adhension. Das sind alle strukturiert, ausgerichtet. Das nennt man, die Ausrichtung der Atome funktioniert über die Liebe, die göttliche Adhension, Anziehungskraft. Hat nichts mit Gravitation zu tun. Bei so einer tollen Blondine gibt es ein paar andere Aspekte, die dafür sorgen, dass da eine Anziehungskraft kommt. Das muss nicht so viel mehr Liebe sein. Aber ich verstehe den Gedanken, was Sie haben. Dass wir in unserer modernen Physik heutzutage ein Umdenken erleben, das haben wir ja hier auch schon in x verschiedenen Gesprächen und Filmen thematisiert, dass die Wissenschaft anfangen muss, umzudenken. Dieses materialistische Weltbild, was jahrhundertelang in der Aufklärung das Leben geprägt hat, das funktioniert nicht mehr ganz und große Wissenschaftler und geistige Führer erkennen, wie Materie und Geist miteinander kombinieren. Also da gehe ich mit Ihnen über konform. Ich frage mich nur, wie wir dieses Wissen dann integrieren können, in so einem komplexen Zusammenhang, wie Sie das dann darstellen in Ihrem Huvanweg. Jetzt sagen Sie, um das Leben... Verstehen Sie, was ich meine? Die Hürde, diese Erkenntnis auf so ein Finanzsystem aufzutropfen, das dann auf diese Basis zu stellen, das sehe ich so schwierig. Genau, das ist jetzt der dritte Punkt. Sie sehen hier die Verheiratung von Naturwissenschaft und Spiritualität. Und jetzt kommt noch der dritte Punkt und neues Geldsystem. Kommt auch nachher noch, wir müssen jetzt vom Geldsystem, dass die Indoktrination auf Materialismus schlechthin war. Verstehen Sie das? Das ist wie das große Brett vor allen Köpfen. Wir können erst diese Naturwissenschaft, die Richtung Spiritualität jetzt die Türe aufmacht, ganz verstehen, wenn wir das materielle Geld wegschmeißen, eliminieren und ersetzen. Und dann führt dieses eben zur Humanwirtschaft, mit M groß geschrieben, zur Lichtwesenwirtschaft, die den Materialismus zum Spiritismus wandelt, vom Nationalstaat zur Menschheitsfamilie. Ich komme nachher wieder darauf zurück, wenn ich über Kreditbedingungen rede. Verstehen Sie, wenn wir hier drin eine Familie sind, ist unser Kredit wie Blankrot. Das heißt, jeder gibt jedem. Wir kennen uns ja, wir treffen uns immer, wir wissen, dass keiner von uns den Planeten verlässt. Nein, diese Häuser, in denen wir wohnen. Also die Menschheitsfamilie ist dann die Grundlage neues Kreditsystem. Also dieser grüne Satz, Nationalstaat zur Menschheitsfamilie, heißt nicht die Auflösung der Nationalstaaten, sondern sich selbst als Teil einer großen globalen Familie zu erkennen. Mit den eigenen nationalen Befindlichkeiten und aber auch Möglichkeiten. Also das heißt nicht, dass diese neue Weltordnung steckt da nicht drin. Nein, das Gegenteil. Sondern diese Menschheitsfamilie, die plündert sich nicht gegenseitig aus, sagt, was ich dem anderen wegnehme, mir jetzt kommt es zu gut, es interessiert mich nicht. Also kein Kolonialismus, keine Kriege und so weiter. Und das Bewusstsein, schauen Sie, das Bewusstsein, wir wissen, dass wir 200% Nahrung für die ganze Weltbevölkerung produzieren können. Warum tun wir es nicht? Weil wir kein gerechtes Geldsystem zur Verteilung haben. Die Verteilung ist bei uns blockiert. Wir würden denen das gerne geben, aber ich kann doch dem nicht einfach tonnenweise Reis und Nahrungsmittel schicken. Der gibt mir ja kein Geld zurück. Da muss ich ihm doch ein anderes Geld geben, das er mir zurückgeben kann. Und wenn es nur die Zahl im Computer ist, dann ist die gerechte Verteilung organisiert. Dann gibt es das Ich-Bewusstsein, wir zum Wir-Bewusstsein. Und die Konkurrenzgesellschaft löst sich auf oder wechselt sich zur Solidargemeinschaft. Und das materielle Tauschgeld wird eben das, was mir ein Banker gesagt hat, provisorisches Buchhaltungssystem Geld als Materie, wird im Computerzeitalter vernetzt zur Wertspeicherung. Das sind nur noch Zahlen. Lassen Sie uns nicht so schnell über die Sätze drüber rennen. Vom Ich-Zum-Wir-Bewusstsein heißt, der Mensch muss sich selbst als Teil einer größeren Gemeinschaft erkennen. Familie. Oder? Das ist die Menschheitsfamilie noch weiter aufs Individuum. Richtig. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Aber wir müssen nicht alle in Deutschland leben. Das heißt das. Wir liefern, es gibt ja ein schönes Bild, haben Sie vorgestellt vor kurzem, mit diesem Kaugummi, dass diese Milliarden Menschen, das Gumball-Experiment, die mit zwei Dollar pro Tag leben müssen. Da habe ich auch immer gesagt, 90% oder 70% der Menschen leben mit weniger als zwei Dollar pro Tag. Also müssen wir doch denen 10 Dollar oder 100 Dollar geben und nicht die zu uns holen, wo sie genau in unserem Preis-Leistungs-Verhältnis auch wieder arm sind. Genauso. Die Relation spielt eine Rolle, nicht die Menge des Geldes. Wollen Sie noch einen Punkt da rausnehmen? Ja, und Konkurrenz zur Solidarwirtschaft gibt es natürlich auch. Also dass man nicht verständlich versucht, besser zu sein wie die anderen und zu übervorteilen, sondern in einem höheren Bewusstsein eine Solidarität entwickelt. Also wir produzieren mehr, die haben weniger, also müssen wir das denen geben. Wir dürfen die armen Länder nicht ausbeuten, keine Kolonialgedenken und so weiter. Also verstehe ich alles. Es ist alles logisch, es ist nur so schwierig, das umsetzen zu können in meinem Kopf, wenn ich die Welt sehe, wie sie organisiert ist, wie die Menschen indoktriniert sind oder auch manipuliert sind, und dass man diesen Gedanken, wo ich jedem was Gutes abfinden kann, dass man das den Leuten auch wirklich nahe bringen kann, als die Chance für die Zukunft. Herr Stein, schauen Sie, wir haben Konkurrenz als Bestandteil von Kapitalismus definiert. Konkurrenz im spirituellen Bereich ist Fördern der Einmaligkeit. Jeder Mensch ist einmalig. In dem Sinn ist schon ein Wettbewerb. Jeder will einmalig sein. Jeder will aber dafür einen Wertmaßstab haben. Den Maß für meine Einmaligkeit, das Maß für Freiheit und das Maß für Motivation, nenne ich ja mein Gewinnschutzgesetz. In dem Sinn sind wir dann nicht alle gleich. Solidargemeinschaft heisst nicht, alle sind gleich. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Aber wir stehen nicht mehr in einem Konkurrenzkampf, um den Geldmangel an uns zu reissen. Wir geben unsere Einmaligkeit mit einer Gewinngarantie, das ist die spirituelle Aufgabe der zukünftigen Gesetzesgrundlage einer Weltfamilie, Menschheitsfamilie, einer UNO in der Schweiz, domiziliert für meine Begriffe, die EU eben ist dann die Schweiz, die definiert Spielregeln, damit man sich nicht mehr gegenseitig als Konkurrenzkampf ausplündert. Ich bin billiger und nehme dir die Kunden weg. Wie die Deutschen das jetzt gerade meisterlich auf der Welt zeigen. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Ein Irrsinn, ja. Aber dann brauchen wir eben das neue Geldsystem dazu. Wir haben auch darüber schon gesprochen, das Prinzip ist vollkommen klar, nur diese Erkenntnis wird sich meines Erachtens nur durchsetzen, wenn vorher das alte System implodiert. Also erst wenn die Leute wirklich mit die Schüssel auskratzen, weil nichts mehr da ist und irgendwie darben und ein großes Problem haben. Ja, ich weiß, wir haben den Gedanken schon mal aufgeschnappt. Herr Stein, zusammenbrechen wird so lange ein System nicht, auch wenn es noch so katastrophal und einseitig Leute bevorzugt und andere ausplündert. Solange keine Alternative da ist, halten sich alle an diesem Strohhahn fest. Das ist das Titanic-Syndrom. Solange nicht in der Zeitung steht, Kapitalismus ist tot, wir haben ein besseres System, wechselt sich nichts. Erst dann. Darum brauchen wir die vier Jahre. Das heißt, solange die Kapelle spielt auf der Titanic, ist alles gut. So ist es. Und so machen es die Medien heute. Die spielen Kapelle, ja, ist alles gut. Und wir haben aber schon lange den Eisberg gerammt. Die Titanic ist schon drei Viertel unter Wasser. Okay. Und jeder glaubt, dass die letzten zehn Zentimeter es doch noch schwimmt. Ja, ja, ja. Das nennt man das Titanic-Syndrom. Ja, das ist ein gutes Bild, das kann man greifbar machen. Es steht nicht in der Zeitung, dass wir runtergehen. Das darf keiner schreiben. Die Kapelle spielt, ja. Die Kapelle spielt, ich weiß, was Sie machen. Also, für das neue System brauchen wir ein neues Kreditsystem. Geld ist Kredit und Kredit ist Vertrauen und Glauben. Und wir nehmen die Familie als Vorbild, damit wir diese Weltfamilie sind, weil in der Familie gilt als Kredit, und hier sehen Sie ja jedes Leben, also ich nenne mal den Titel nochmal, die Lebensleistungsbilanz. Die Zeitlosigkeit heißt, da könnte man mal die Kirche noch drin lassen, du musst am Schluss, wenn du stirbst, eine positive Bilanz hinterlassen. Und das schenkst du dann der Kirche. Dann bist du einer wie der Schwarze da oben oder der Graue, oder ja, der ist schon nicht mehr so gewünscht. Was machen wir mit denen da? Na ja, gut, die tun wir sozial ein bisschen versorgen, aber die sind eigentlich nicht gewünscht. Aber anfangen tut ja jeder bei der Geburt mit Null. Und ohne das Kreditsystem der Familie würden wir gar nicht hier sitzen, wir zwei. Also Kreditsystem heißt das Geld und die Pflege und Fürsorge, die die Eltern in einen stecken, bis man selber in der Lage ist, produktiv was zu machen. Auf welcher Basis bekommen Sie das? Liebe. Genau. Liebe, Verantwortung, Erziehung, Ausbildung, Kontrolle. Die Bank macht mit uns nur Kontrolle. Und Angst. Aber Liebe, Ausbildung, Erziehung, fragen Sie mal einen Banker, ob er Liebe für Sie empfindet, Ausbildung und so weiter. Also, das ist die Grundlage, die spirituelle Grundlage von Humanwirtschaft. Das mache ich wirklich beim nächsten Mal und frage Ihnen, wenn ich in der Bank bin. Sie hätten gerne einen Kredit auf der Basis von Liebe, Verantwortung, Ausbildung und Kontrolle. Die Kontrolle sei schon in Ordnung. Ja, Sie geben dann das Geld schon, bevor Sie sterben, zurück. Und wenn Sie Pech haben, geben Sie es halt im nächsten Leben zurück. Ich mache in meinen Vorträgen das immer als Schlussbild, weil die Menschen, die mich da eine Stunde zuhören müssen, sagen, Herr Klaus, das System ist gut, aber das wird jeder rausnützen. Also, jeder spielt dann den. Weil bei Humanwirtschaft gibt es ja den Blanko-Kredit ohne Sicherheiten. Dann sage ich, wenn es den gibt, Entschuldigung, den roten da unten, weil die Summe aller Konten ist immer null, dann gibt es aber auf irgendeiner anderen Seite den. Einer muss das geben, was der da unten konsumiert. Und das, was der da, wenn der ein bisschen zu früh in Rente ging und sein ganzes Lebensleistungs-Bilanzkonto halt schon mit 50 bei null, bei 65 bei null ist und dann halt Minus macht, weil er 100 Jahre alt wird, was ja möglich ist. Und den nehmen wir und die auch. Aber schauen Sie, wenn nachher alle in einem neuen System hier mit Blanko-Kredit versorgt wird, will auch keiner mehr warten, bis der Opa den Sarg bestellt und sein Erbe verteilt. Weil es geht ja allen gut in diesem System. Und dann ist diese ganze Endabrechnung eine Sache einer Konkursabsicherung, die in meinem System zwingend integriert werden muss, weil um das alles ausbuchen zu können, wir machen ja nur noch Buchhaltung, brauchen Sie ein sogenanntes Konkursausbuchungskonto und dann ist die Summe wieder überall null. Und dann kann man noch dazu sagen, und jetzt kommt es, das und das und das und das sind fünf Leben von 1000 Jahren übereinander geschoben und das waren immer Sie. Ich? Ja? Ich bin da drin. Ja, vielleicht waren Sie der da oben mit den Millionen vor 400 Jahren, das waren Sie vor 300 Jahren, das sind Sie vielleicht gerade jetzt, oder? Entschuldigung. Aber das waren Sie auch schon mal und das kommt noch, das haben Sie noch vor sich, Sie dürfen irgendwann nur konsumieren, weil Sie der Welt so viel gebracht haben. Mein kaputtes Auto, das gerade in Aschaffenburg steht, das müssen Sie auch noch einzeichnen. Also ich bin irgendwo da auf der unteren. Das ist unbedeutend auf Ihrer Leistungsbilanz. Für mich ist das nicht so unbedeutend. Ja, wissen Sie, in der Schweiz sagt man, ein Kind zu erziehen kostet bis hierher in der Regel 800.000 Schweizer Franken. Das ist Warenkredit der Familie. Ja? Okay. So, genau das, was jetzt hier zum Ausdruck kommt, ist eben, der Blankokredit ist die Grundvoraussetzung für ein zukünftiges Finanzsystem. Und all diese 1.500 Kryptowährungen, wenn die sowas nicht integriert haben, brauchen sie sich nicht mehr damit zu beschäftigen. Als zukünftige Lösung. Ja? Also die, die mir sagen, ja, jetzt bricht das System zusammen, wir haben ja 1.000 Kryptowährungen, die wir vielleicht brauchen können, die tun dann Wettbewerb miteinander mal, und das Volk kann dann auswählen, mit welcher Kryptowährung, vielleicht mit der Goldgedeckten, wir dann weitermachen. Blödsinn. Wenn ich denen sage, jetzt sagt mir mal zuerst eure Kreditsysteme, und sagen die, ja, sie müssen vorher Cash einzahlen, sonst gibt es keine Kryptowährungen. Dann sage ich, da kann ich beim Cash bleiben, wieso soll ich da eine Kryptowährung? Ja, die wird vielleicht mehr wert. Ja, eine Währung, die nicht stabil ist, kann ich nicht zum Warentausch benutzen. Dann behalte ich sie doch. Dann habe ich genau das Problem nicht gelöst, das man lösen muss, Geldumlauf garantieren. Ja? Dann habe ich das blockiert. Und da sind wir jetzt eben bei der effektiven Beweisgrundlage, Reinkarnation, die keine Zeitbeschränkung eben kennt, ist die Grundvoraussetzung für ein neues Finanzsystem. Und es hat halt die Schweiz diesen Auftrag. Das müssen Sie mir bitte übersetzen, was der Satz heißt, das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Reinkarnation kennt keine Zeitbeschränkung. Ja, aber wie? Ja, weil in jedem Leben können Sie von keinem Menschen verlangen, oder nicht von allen verlangen, dass Sie immer diese Kurve verfolgen. Sie machen am Anfang Kredit, die Eltern verbürgen Ihnen, die Bank der Zukunft, bevor Sie in Zukunft ein Kind bekommen dürfen, müssen Sie die Banker fragen, die Notenbanker, ob die Bank für Ihr Kind einen Kredit bereitstellt, weil Sie sind ja schon so entmündigt worden, durch Zwangssparkassen, die Rente ist eine Zwangssparkasse, das ist nämlich das Problem unserer jetzigen Geldcrash- und Nullzinsproblematik. Wir haben uns in diese dumme Situation hinein manipuliert, indem wir nach dem Zweiten Weltkrieg das Zwangssparen eingeführt haben. Das habe ich in einem letzten Video kurz erklärt, gehe ich jetzt nicht darauf ein, sonst schaffen wir hier den Schluss nicht. Aber die Reinkarnation ist die Grundlage, um ohne materielle Sicherheiten, ohne Tauschgeld, Warenkredit als Basis des neuen Geldsystems starten zu können und jeder kann am Anfang, wie wenn wir alle jetzt erst morgen auf die Welt kommen, wenn wir ein neues Finanzsystem beginnen, also heute crash das System. Ich brauche ein System, auf das ich jetzt alle Plus- und alle Minuskonten transferieren kann. Das können wir. Wir können im Euro-Weg das buchen, wenn heute jeder seinen Bankauszug noch raus ausdruckt und sagt, morgen wissen wir, ist die Bankpleite, weil die offiziell zumacht, oder? Der Staat kann das verkünden, kann offiziellen Bankenbankrott oder Staatsbankrott anmelden. Das wird noch ein Video, das wir machen werden, wie man ohne Verluste zu haben, geordneten Staatsbankrott macht durch Umbuchen auf ein neues, nicht im Mangel befindliches Geldsystem, das kein Problem hat mit den Minuskonten. Weil es eine philosophische, spirituelle Grundlage gibt. Wenn Sie die philosophische, spirituelle Grundlage nicht haben, können Sie die Minuskonten nirgends hin umbuchen. Dann sagen Sie, die Plus, die müssen alles abschreiben, was von dem Minus als Minus überlassen wird, weil wir müssen ja bei Null beginnen. Dann haben Sie den Totalkrash. Und um den zu verhindern, müssen Sie eine Umbuchvariante für Minuskonten vorgeben können, die Sie spirituell und auch mathematisch, wir Schweizer sind auch gute Mathematiker, die Sie mathematisch absichern können, das war im anderen Bild eigentlich sichtbar, weil Sie davon ausgehen können, dass in einem zukünftigen, gewinngeschützten Verrechnungssystem die Konkursversicherung für den Ausgleich aller Minus- und aller Pluskonten sorgt. Und die Summe aller Konten immer Null ist. Und wenn Sie den Faktor Zeit auf unendlich stellen und keine Fälligkeitstermine, das ist ja das Heilsame, was die Banker und die Staaten gerade lernen dürfen, dank Nullzins. Toll, es kommt keiner und klingelt an der Tür und sagt, du, die Rechnung ist seit gestern fällig, wenn du jetzt nicht zahlst, gehe ich zum Konkursrichter und melde dich Konkurs an, weil du nicht zahlungsfähig bist am Termin. Nur dann gehst du pleite. Du kannst sagen, ich habe doch so viele Häuser, aber keiner zahlt mehr und es gibt kein Geld mehr, ich kann nicht in Geld zahlen, dann bist du bankrott im gültigen Zahlungssystem. Aber nicht in den Werten. Machen wir spirituell weiter. Also ich habe ja den großen Vorteil, dass ich nachher zurückspulen kann. Das ist alles, was Sie in den letzten zwei Minuten gesagt haben, dass ich mir das nochmal anhöre. Sie wissen, dass ich da nicht immer beim ersten Mal sofort mitkomme. Wenn wir dann weiter darüber sprechen, wird mir vieles klarer. Aber wo holen Sie das alles her? Diese ganze Thematik, das so in einen Satz zu packen und dann auch diese Überzeugung zu finden, dass das genau das ist. Weil im ersten Moment kommt mir das alles vor, wie spanische Dörfer. Aber Sie haben da so einen Drive, so eine Power, eine Überzeugungskraft, das Sie ja immer wieder schaffen. Wo holen Sie das her, die Energie? Herr Stein, ich überzeuge jeden, der mir lange genug zuhört und wie Sie es jetzt gesagt haben, der es dreimal zurückspult und nochmals in Ruhe anschaut. Ich habe mir selber 20 Jahre diese Rückspulmethode gegönnt. Ich habe immer zurückgespult und gesagt, ist die Idee gut? Kann ich die durchhalten? Kann ich die wissenschaftlich beweisen? Und hat sie Hand und Fuß? Und sie hat Hand und Fuß. Ich kann Ihnen jeden Satz, den ich jetzt hier sage, beweisen. Er hält allem Stand. Und es gibt genügend Leute, die mich schon in diesen 10 Jahren, wo ich Vorträge gehalten habe, mit allen noch so, sag ich mal, fast gefährlichen Fragen versucht haben, aufs Glatteis zu führen. Ich bin nie auf die Schnauze gefallen, möchte ich sagen. Und ich konnte immer parieren und ich werde mit jedem noch so großen Wissenschaftler dieses Thema siegreich abschließen. Wenn er mir lange genug zuhört. Die meisten laufen davon. Die hören mir gar nicht zu. Die sagen, der spinnt, der Klaus. Naja, irgendwann sind sie dann da und sind froh, dass sie es nochmals hören dürfen. Darum machen wir Videos. Gesundes Selbstbewusstsein haben sie auf jeden Fall. Das ist sicher. Ich würde nicht da sitzen, wenn ich das nicht hätte. Ich würde sie auch nicht immer wieder einladen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass sie da auf dem richtigen Weg sind. Danke. Das ist wichtig. Aber mir geht es halt vor allem darum zu erkennen, dass sie jetzt nicht einfach nur ein Materialist sind, sondern dass sie eher ein spirituell geprägter Mensch sind, dem das Wohl der Menschen am Herzen liegt. Das ist ja der Grund. Ich glaube, das überspringen wir. Wir schauen lieber, was uns blühen könnte, wenn wir keine Lösung haben. Weil die Materialisten können keine Lösung haben. Mache ich jede Wette. Die laufen vom Regen in die Taufe. Man muss nur einmal die Nachrichten einschalten und man sieht, dass das materialistische System, wie wir es haben, jeden Tag mehr gegen die Wand fährt. Was sagen die Kapitalismus-Fanatiker? Noch mehr Liberalisierung. Ja, wenn wir alles freilassen, dann irgendwo kommt dann die goldige Lösung. Also Blindflug im Nebel mit noch nicht mehr Gas geben. Macht Spaß, gell? Also die ganze strategische Weltregierungsphilosophie vom Herrn Brezinski schon in einem Buch in Amerika. Also Spikniew, ne? Ja, genau. In früheren Zeiten war es einfacher, eine Million Menschen zu kontrollieren, eben weil sie noch kein Internet hatten, als eine Million Menschen zu töten. Früher mit dem Schwert war es ein bisschen umständlich. Heute ist es umgekehrt, nämlich es ist einfacher, eine Million Menschen zu töten. Wir haben die Waffentechnik perfektioniert. Aber dank Internet haben die jetzt ein Problem, eine Million Menschen zu kontrollieren. Die würden uns gerne leben lassen, wenn sie uns immer noch nach dem alten Abkommen, der König zum Papst, du hältst sie dumm, ich halte sie arm. Das funktioniert nicht mehr. Das Dummhalten ist jetzt schwierig geworden. Das Armhalten funktioniert noch. Aber auch nicht mehr so gut. Es gibt jedes Jahr ja neue Milliardäre, die vielleicht auch mal so ein Buch lesen. Ja, es soll vorkommen. Dann wird es gefährlich. Und jetzt können wir uns entscheiden. Schauen Sie, das war eben Rudolf Steiner, auch mit der ersten Folie, oder einer der ersten. Wenn diese Revolution nicht gemacht wird, obwohl die Zeit reif dafür ist, dann dritte Schlacht von Kurukshetra. Was heisst das? Zweite Schlacht von Kurukshetra war die Sintflut. Die erste war diese Grundlage, die in der Bhagavad Gita steht. Da spricht Arjuna, der am Boden kniet, der Königssohn der linken Armee. Und rechts Krishna, der als Gott natürlich bezeichnet wird. Die ganze Bhagavad Gita ist ein Dialog zwischen Krishna und Arjuna. Was muss ich tun, um göttliches Bewusstsein und göttliche Machtfülle und göttliche Erkenntnis zu bekommen? Und in diesem Dialog sagt der Krishna rechts, wenn du mich als Wagenführer akzeptierst, also die geistige Welt, als Wagenführer, als geistige Führung akzeptierst, die Schweiz als Kopf, liebe Deutschen und Österreicher, dann seid ihr, oder dann bist du unbesiegbar. Man muss einen Führer akzeptieren, einen Geist als Kopf, für eine Aufgabe. Hier ging es um was. Und dann sagt Arjuna zu Krishna, naja, dann muss ich ja scheinbar die rechte Hälfte alle töten, wenn ich uns besiegbar bin. Da kommt die entscheidende Antwort. Und sagt Krishna zu ihm, du kannst sie nicht mehr töten, sie sind bereits tot. In welcher Hinsicht tot? Materiell versteinert. Also sich von der geistigen Welt entfernt und damit eigentlich schon... Sich über das materielle Geldsystem, das wir so haben, so von der geistigen Welt entfernt, von der geistigen Welt entfernt, genau, die Materie sind. Dann sind wir geistig tot. Und das ist ein Konstrukt, eine Matrix. Wir reden ja über Matrix heute auf diesem Planeten. Welche Matrix? Wir leben in der materialistischen, uns zu Tode führenden Matrix. Und es gibt aber immer eine kosmische Notbremse. Das ist der Tod. Bevor sie durch die Materie geistig tot sind, ruft sie ihr Geist ab und sagt, sag, da steht er, tschüss, geh mal und komm zurück und überleg mal, warum du in der Materie dich Richtung Versteinerung materialisieren lassen hast. Muss vielleicht warten, bis die Humanwirtschaft eingeführt ist. Dann kommst du schon als Kind in der Humanwirtschaft, in einer geistigen Welt, auf die nächste Inkarnation. Also bevor wir uns in der Materie verlieren, werden wir abgerufen und kommen noch mal die Klasse wiederholen. So ist es. Darum sterben sehr viele Materialisten zur Zeit. Ich denke gerade nach über die Gedanken, die Sie gesagt haben. Das heilt ja natürlich nach. Ich versuche dann auch immer eine Resonanz zu finden, weil ich finde, es sterben auch viele Menschen auf der Welt, die mit Materialismus nichts zu tun haben. Die werden auch abberufen in einer anderen Ebene. Dann haben Sie den Lebensplan und die Aufgabe schon erfüllt. Die hat dann nichts mit der großen Erleuchtung zu tun. Oder Sie sind schon erleuchtet und haben nichts mit Materie am Hut gehabt. Natürlich dürfen Sie dann gehen. Brauchen dann auch nicht mehr inkarnieren. Lassen Sie uns einen Abschluss finden, dass wir das auf das humanen Weg dann auch runterbringen. Gut. Nochmals wie gesagt, im Moment macht die Materie mit uns Folgendes, ohne Geld läuft nichts. Wenn du Geld hast, kannst du was kaufen und wir nennen das Geld eben mit T geschrieben als Grundlage für Kredit und so weiter, um Ware zu kaufen. Also du benötigst immer einen Bankkredit, um an Ware zu kommen. Alles, was wir heute an Ware gekauft haben, hat ein anderer Mal via einen Bankkredit uns das Geld zur Verfügung gestellt. Humanwirtschaft heisst Verrechnungsgeld mit T geschrieben, weil es von Gelten stammt, auch das Zahlenaufschreiben. Die deutsche Sprache ist insofern perfekt, weil dort auch gute Definitionen möglich sind, nämlich Gelten heisst den Wert meiner Leistung und Gelten schreiben mit T und nicht mit D. Also habe ich in meinen Büchern Geld immer mit T geschrieben, weil es stammt von Gelten, das sind also das zweite Geldsystem. Es gilt etwas. Ja, und eben im OR-Artikel 120 steht eben, gleiche Leistungen oder überhaupt Leistungen können verrechnet werden. Was ist das OR? Obligationenrecht der Schweiz. Gibt ein Video von mir, wo ich das vorstelle. Also in Zukunft, und dann können wir auch die ganze Weltbevölkerung gleich und gerecht behandeln, weil wir ihre Leistung in den Vordergrund stellen und hintendran nur als Geld Nummer zwei die Buchhaltung. Und da gibt es keinen Geldmangel. Und da müssen wir eben diese blanke Kreditwürdigkeit so definieren wie die Familie, Verantwortung, Liebe, Erziehung und so weiter. Haben wir das Problem gelöst? So einfach war das? Natürlich. Ah ja, das ist immer so ein Spielchen gewesen von mir. Da merken Sie, wie wir konditioniert werden, warum sich viele diese Lösung gar nicht plastisch vorstellen können. Sie lernen bei John Wayne in den Western, er geht an die Bar, bestellt Whisky, dann kommt das Glas so über die Theke geschlittert, er greift da rein in den Dollar, ich glaube, diesen Film kennt jeder und dann schmeißt er den Dollar über die Theke, das ist das Zahlen, bezahlen mit materielem Geld. Wir haben doch alle Ramschiff Enterprise geschaut. Captain Kirk geht an die Bar, sagt dem Computer, Whisky please, geht in eine Schublade auf, schiebt jemand den Whisky raus, er nimmt ihn und läuft weg. Er hat keinen Dollar über die Theke oder in die Schublade geschmissen. Wie hat er bezahlt? Es gibt kein Geld mehr in der Zukunft. Nein, er hat elektronisch via Bestellung gleich bezahlt, die Zahl aufgeschrieben. Wissen Sie, das sind alles kleine Fallen, es gibt kein Geld mehr, es gibt kein materielles Geld mehr. Sie müssen genau, präzise, es wird nur verbucht, es wird nur noch gebucht und das ist das göttliche, spirituelle Geldsystem. Es wird aufgeschrieben, die Menschen machen eine Zeit lang mit, wenn es gar kein Geld gibt, auch keiner aufschreibt, aber sie können die Menschen total motivieren und an der Stange halten, wenn sie dieses Geldsystem, das auf jedem UFO-Raumschiff via Computer schon Realität ist. Wir bringen es jetzt langsam auf die Erde und auch in all diesen Science-Fiction-Filmen wird nie der Punkt erwähnt, wie hat er jetzt den Whisky bezahlt, damit wir nicht dahinter kommen. Das ist alles Strategie. Ich würde Ihnen mal der Captain Kirk oder einer im Raumschiff Enterprise die Frage stellen, du Captain, wie hast du jetzt den Whisky bezahlt? Der Computer hat es gleich im Konto belastet bei Bestellung. Das machen wir mit Euro-Weg und der Mahnwirtschaft. Ja, wieso? Hast du Kredit? Ja, ich habe Blanko-Kredit. Vielleicht zahle ich ihn im nächsten Leben, aber das weiss der Computer, dass ich nochmal komme. Wird nie erklärt. Ich erkläre es Ihnen heute. Okay? Und dann kommt eben das schöne Wassermannszeitdauer, in dem wir seit 1918 sind. Das Wassermannszeitdauer wird alles übertreffen, was wir uns an Schönheit, Herrlichkeit, Harmonie vorstellen können. Der Egoismus und der Materialismus werden weichen und nichts wird das Kommen des goldenen Zeitalters verhindern können und zwar für die ganze Menschheit. Nicht nur für die Schweiz oder die Deutschen. Und wer sich geistig weiterentwickeln will, kommt nicht umhin, mit dem Licht zu arbeiten. Das ist eben das Hu in meinem Buch. Dazu bietet das Buch gute Methoden. Also das ist dieses Buch gemeint, das Licht, lebendiger Geist. Und das Licht ist die Essenz der Schöpfung und das am besten geeignete Mittel, um uns selbst und die Welt zu verändern. Hunden, Lichtnahrung oder Fleisch wäre noch gut, äh, fleischlos zu sein. Ja, und das Licht eben Hut heißt und Mahn eben Wesen. Das ist die Lichtwesen Wirtschaftstheorie und mit der sollten wir jetzt, also ich denke, spätestens in vier Jahren auf Staatsebene beginnen können. Ja, und wenn ein Geldsystem sich nicht eine Strategie schon zurechtlegen kann, das als Grundlage des zukünftigen staatlichen Gesetzes auf EU-Ebene und nachher auf UNO-Weltniveau zu bringen, dann ist es keine Lösung für die Zukunft, dann bleiben wir so lange am alten materiellen Geldsystem kleben, bis die Titanic wirklich abgesoffen ist. Mhm. Und sie kann noch länger über Wasser bleiben, als wir uns vorstellen. Ja. Aber wir müssen was organisieren und wir organisieren die Menschen, wir suchen jetzt Mitarbeiter in allen Kantonen der Schweiz, weil ja die Schweiz für uns als Vorbild dienen soll. also es muss auch die erste politische Grundlage liefern als Gesetz, ich habe in anderen Videos gesagt, wir müssen das Gesetz Steuern sind in Landeswährung zu bezahlen, das blockiert alle Alternativen. Das müssen wir ergänzen wieder mit Leistungswerten. Steuertürfen müssen auch in Leistungswerten der Menschen von jedem Einzelnen bezahlt werden können, das ist unsere Software. Ja. Und dem Staat immer online gleich gut gebucht, ohne großen Bürokratismus und dafür suchen wir jetzt Mitarbeiter, wir suchen große Gebäude, ehemalige Hotels, die leer stehen in allen Kantonen der Schweiz und da können alle Menschen, die sich dazu berufen fühlen, als Humanwesen, als Lichtwesen, können sich bei uns melden, die Webseite ist ja bekannt und wie es hier steht, also wir haben Platz für viele Mitarbeiter. Ich habe mal definiert in meinem Buch, wir brauchen 33.000 Mitarbeiter. Okay, das müssen wir auch erstmal organisiert kriegen. Das wäre es. Ja, okay. Also ich fasse unser Gespräch mal zusammen. Ihr alternatives Wirtschaftssystem, das auf einer spirituellen Basis fundiert, braucht jetzt viele Leute, die bereit sind, sich da aktiv mit einzubringen und das Zentrum davon sehen Sie in der Schweiz, weil da offensichtlich vom Verständnis oder von der Entwicklung her mit die höchste Schwingung ist. Wir als Deutsche und Österreicher, die dürfen noch als Arme und Beine und Herz der Österreicher, dürfen daran mitmachen und ich wünsche mir sehr, dass es Leute gibt, die das viel besser verstehen wie ich, dieses System, weil ich gebe mir echt Mühe, da durchzudringen und ich bekomme eine Idee, wo es hingeht. Ich bin immer noch so der Realist, der sagt, erst wenn wir wirklich am Boden liegen, können Menschen wie Sie, die so eine Idee bringen, die doch von einer hohen Ebene herkommt, das System dann doch noch verändern. Ich wünsche mir so sehr, dass das vorher passiert, dass also nicht wir komplett gegen die Wand laufen und dann dastehen in der Misere und dann erst irgendwann ein neues System kommt, sondern dass es halt wirklich die Entscheidungsträger auch kapieren. Ich gebe Ihnen recht, wenn wir Folgendes schaffen, also ich möchte ergänzen, die Schweiz ist nur der Ort, nicht dass es Schweizer sein müssen, Urschweizer, es können Deutsche sein, Österreicher sein, Serben, Kroaten, egal welche Nation, sie müssen sich in die Schweiz begeben, weil dort ist eine andere Energie, das haben sie richtig definiert, das mal Punkt 1, es ist nicht auf die Schweiz als Menschenkrasse gemeint, sondern der Ort, der Fokus, der Schweiz, die Energie, Alpenwelt und so weiter. Und das Zweite, dass wir nicht zuerst gegen die Wand fahren müssen, da bin ich jetzt wieder motivierter durch ein Seminar, das wir am Wochenende hatten, wenn solche spirituellen Gruppen, die es gibt, ich kenne viele, und ich hatte Partner in meiner Organisation, 900 Leute waren, alles hochspirituelle Menschen, die wären auch gar nicht zu mir gekommen, wenn ich nicht die Grundlage im Buch schon gegeben hätte, und die haben auch immer gesagt, sobald es umsetzbar erscheint, die Zeit reif ist, werden wir spirituellen Gruppen dieses Video, und darum machen wir jetzt auch dieses Video als Informationsbasis für unsere Umsetzerstrategie, nicht nur, wie werde ich selber erleuchtet, da gehen viele nach Indien oder in eine spirituelle Gruppe, aber was machen sie jetzt mit dieser Erleuchtung? Sie haben einen Dienst im göttlichen Auftrag zu erfüllen, das heißt, das Geldsystem dieses Planeten in Ordnung zu bringen, das ist unser Auftrag. Okay, das nehme ich gerne so auf. Danke. Danke für dieses Gespräch, ich bin wieder vollkommen überfordert, und verstehe es erst, wenn ich es zum zweiten oder zum dritten Mal angeschaut habe, aber es tut gut, Menschen zu erleben, die einen Ehrgeiz haben, und so einen Drive haben, und einfach auch so einen Elan mitbringen, und ich wünsche es mir so sehr, dass das ist, worauf wir warten eigentlich. So ist es. So ist es, wunderbar, gutes Schlusswort. Alles Gute für Sie, Herr Klausner, kommen Sie gut heim in die Schweiz, wir sehen uns beim nächsten Mal. vielmals. Danke fürs Zuschauen, liebe Zuschauer, hier bei NuViso, ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid, beim nächsten Mal hier bei uns bei Steinzeit, und wenn ihr genauso wenig verstanden habt, wie ihr jetzt gerade, macht es nichts, weil das wird sich alles noch ins Feld einbringen, und ich bin mir sicher, diese Ideen, die haben viel mehr Kraft, wie ich es mir jetzt auch nur ansatzweise vorstellen kann, ich sage auf jeden Fall, alles Gute für euch, viel Spaß im Leben und wo immer ihr seid, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020